Herzlich Willkommen zu einem weiteren Video auf unserem Kanal SofortBlasch Wir starten direkt in die erste Runde und wir sind über Schluss Das ist nicht dein Ernst! So, zack und... Das ist einfach nicht dein Ernst Start! Probierst du jetzt mal die Freeze aus? Ja, du nicht? Ja, ich würde den auch ausprobieren, natürlich Natürlich würde ich den aus Das macht ja auch Sinn, dass man den ausprobiert Ich würde ihn mal ausprobieren Oh, da gibt... Der braucht zwei Units Ach du Krall Ja, nimm doch mit mit Ich nehme auch mit Deswegen mal für die Aufnahme, probier's mal aus Ja komm, wir probieren den für die Aufnahme aus, den Freezer Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was denn jetzt? Oh mein Gott! Was ist das? Der Freeze, der Alte ist krank Ja, wie groß ist denn die Fläche? Groß! Ohne Witz! Richtig groß! Dann kannst du locker vier Armeen freezen Das Ding ist wirklich stark Mhm Der macht grad gar nichts, der Freezer Gefühlt Der macht was Der macht was Zustände Natürlich macht der was der Freezer Du hast verloren Oder ein Steilungsdruck Also der Freezer hat mir gar nichts gebracht Der ist gut Du kannst den nur bei Pass auf, ich erklär's dir Du musst den einsetzen bei Armeen Ich benutze den jetzt nicht mehr Weil... Für dich ist ganz klar Für dich ist der gut Weil ich krieg jetzt damit auf die Fresse Das ist ganz klar Ich benutze doch auch Ich benutze den nicht mehr Vergiss es Du magst es wieder nicht? Nein Das Ding hat mir gar nichts gebracht Null Das Ding ist extrem stark Die sind weitergelaufen Es hat die null interessiert, was ich gemacht habe Null Nö Das Ding ist stark Ich bin nicht bescheuert Das Ding ist wirklich stark So Der Karin ist tot Einfach so Der Karin ist einfach so Durch das Ding So stark, Alter Oh ja Mega Ich mag das Teil Ich glaub's auch Ich mag das Teil Ich brauch einfach mal einen Ein gescheites Dorf Mann Ja Dein Commander ist tot Ja So Dein Panzer ist tot Wow Ich hab gar nichts rausbekommen Null Null Nullsteine, ne? Oder? Na, den einen holen kriege ich mir Einen holst du dir? Mhm Eine Hütte hab ich mir geholt Toll Es sind super Es läuft super Es läuft super gerade Bei mir läuft's noch viel besser Es läuft gerade richtig super Muss ich sagen Und vor allem der Freezer Der bringt's mega Also der Freezer Muss ich echt sagen Ist der Oberburner Und gehst du da drauf Hast du den mitgenommen? Wieder? Nö Du musst nicht mehr mit? Nein Findest du nicht mehr sympathisch? Nein Ich find den nicht mehr sympathisch Findest du den überhaupt mal sympathisch? Nein Ich nehm den nicht mehr mit Vergiss es Ich nicht? Die Kiste Die kann von mir aus Das weiß ich wo bleiben Aber Nicht bei dir? Nein Na doch Das könnte ganz gut Oh doch 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 Einfach auf Start So Fertig Ja? Ja Und nur eine einzige Armee dafür Alles Pitcher Hast du schon deine erste Truhe offen? Ja Habe ich Was? Wie geht das? Wie geht das? Ich hab das noch nicht Ich hab noch nicht meine erste Truhe offen Du hast ja auch später angefangen Also ich Dieses Mal habe ich ja drei Stück quasi So Jetzt ist es ungefähr mal umgedreht Geht nur dass du immer mit fünf sonst startest Na? Ja jetzt kann ich nicht so machen Wie soll ich denn jetzt noch aufholen? So da habe ich jetzt schon mal drei Sterne Kann ich mal aufholen Und richtig Kohle gemacht Ich würde gerne mal wieder aufholen Richtig Kohle gemacht Einstern Soll ich hab ich mal erst getroffen und kann man meine TK2 refresh Epic Box hab ich rausbekommen Oh mein Gott Das kann nicht sein Was? Ich hab wieder nur Dreck Das kann nicht sein Wenn du die Kleinen jetzt bekommst Das ist vorbei Für mich Dann kann ich dich nicht mehr aufholen Das ist wichtig dass ich unbedingt das kann Das darf jetzt einfach nicht passieren Einstern Vielen Dank Neue Aufstellung Super Dauert mir zu lange End battle now Wieso dauert dir zu lange? Bis die da weiter gelaufen sind Und ich will dir auch gar nicht die Möglichkeit geben zu viel aufzuholen Warum? Was bist du so böse zu mir? Ich bin nicht böse zu dir aber du machst es wahrscheinlich auch nicht anders Was? Was denn? Ähm Bitte was? Wie ich mach das nicht anders? Das ist wahrscheinlich auch nicht anders Äh gleich ich hab nicht mal die Möglichkeit dazu dass ich geht dass ich mal die aufholen kann Was soll ich denn da anders machen? Ne weil du sonst immer so schnell fertig bist Ja und? Drei Sterne? Bei dir? Auch drei Sterne? Nein noch nicht Ja wir werden drei Sterne Hast du deine zweite Box offen? Ne jetzt aber hoffentlich gleich Alter schießt doch mal Stellt euch doch nicht einfach nur so dumm auf Sondern schießt doch auch mal Ne das ist nicht normal ne? So ok jetzt hab ich's Jetzt hast du schon Zweite Box da Jetzt werden meine Tech-Cards refreshed Nein Du hast so gute Karten Nein Alter das ist dein Ernst Du hast extrem gute Karten Oh! Hahaha Ja ja ich weiß Ich weiß Hahaha Hahaha Ah ok Ja ich weiß Ich hab verloren Mann Mann Warum muss denn das so doof sein? Und auf geht's Drei Sterne Bei dir? Jetzt noch nicht Alter es ist die Freeze gewesen Alter es ist die Freeze gewesen Das war die Freeze Das war die Freeze Das war die Freeze Let's go Es war die Freeze Ich hab das falsch eingeschätzt Das war die Freeze Jaa Ich hab die gleiche Stelle wie du Ich hab jetzt die gleiche Stelle wie du Ich hab das war die Freeze Verdammt nochmal Ich hab aufgold Ich hab aufgold Alter ich dreh durch Das war die Freeze Ich bin reingefallen Das war die Freeze Let's go Let's go Let's go Nein Ich bin auf die Freeze reingefallen Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Nächste Truhe ist offen Jetzt die dritte Truhe bei mir 1900 Stern hab ich jetzt auch schon geknackt Let's go Let's go So ich hab jetzt auch drei Sterne geholt Freulich Die nächste Truhe ist offen Bei mir auch Wie viel brauchst du noch? Noch zwei Ich brauch noch zwei What the Drei Sterne Bei dir? Noch nichts aber hoffentlich gleich ja so noch eine box bei dir ich mir fehlt jetzt auf jeden fall noch so schnell kann ich das nicht ja sorry aber mir fehlen jetzt noch zwei stelle ich war dann kann der vorsprung jetzt schon weg dann bist du das ist ja zustande let's go ich hab die klein mit reich doch doch ja auf geht es darf einfach nicht was man auf geht's ist verliebt ansage meinst du glaubst du das was heißt verlieren ich will einfach nur ein zwei hüten haben drei sterne was was wie geht denn das man clever und ich krieg nur diese tricks tricks dörfer wurden nur drecks dinge besucher stehen so macht die fertig macht die fertig macht die einfach fertig jetzt kommen kommt ja drei ständer wenn die auch drei ständer ja safe wahrscheinlich hast du es ist das noch nicht die haben noch nicht mal eine einzige hütte weg bis jetzt weil dieser idiot einfach ja die laufen von gegner zu gegner einfach eine hütte kaputt zu machen ich drehe ja mein vorsprung ist weg wie schön für dich pack dir ein ei drauf nein ich habe eigentlich vor mir einen kuchen zu machen ja gleich wie geht es dir geht es hier gut drei sterne bei dir ich komme denn immer ein dorf wo ich angreifen kann so die kann ich angreifen wo stellt er denn die sachen den dummieren ist der bescheuert oh nein keine freeze nein keine freeze fuck my life ist das geil er fällt jedes mal drauf ja was soll ich denn mal wo soll ich denn wissen dass da eine freeze ist man nein das siehst du nicht du siehst das nicht du läufst auch entlang und dann auf einmal hast du fließt da ich finde es gut magst du nicht nein ich mag die fließt nicht die hat mich eben hat mein leben gekostet die freeze erleben ja die freeze hat mich eben gerade mein leben gekostet so jetzt ist wieder so ein kack damit und die leute ehrlich was ist das auch mehr leute das ist ja einfach was ist daran einfach ich würde es trotzdem jetzt versuchen weil ich brauche jetzt irgendwie mal ich brauche jetzt eine hütte wenigstens eine die wir brauchst du noch von der letzte truhe drei stück ein stück geht das geht doch voll entspannt das schaffst du ich glaube nicht ja ja eine hütte habe ich ich habe drei so wenn ich glück habe schafft er ist wenigstens noch dauern ja wenigstens zwei stück so ist der dreier gleich ich glaube nicht dass er den panzer dauernd kriegt nein schafft er nicht der dreier gleich ja ist so schön für dich aber ich habe wenigstens zwei stunden ja ist ja schön für dich guckt euch die folge von gestern an ist jetzt verlinkt um in der ecke herr sofort rage quittet wir haben will aufgeben weil alles so schlimm ist so mein gott 0 sterne eine hütte brauche ich nur eine einzige hütte gibt mir eine hütte eine hütte ich will nur die eine einzige hütte da haben wir eine eine hütte da oben die eine hütte eine einzige eine einzige gottverdammte verlassene hütte so die erste hütte ist da hast du seine trufe ja okay und dann gehe ich jetzt raus aus dem match nein da gucke ich jetzt nicht nach nicht in diese auf so also ich so den trophäen vergleich könnt ihr gerne mal in der fälle in dem verliegten video von gestern gucken dahin hat den holter gestern schon gar nicht mehr machen wir machen ja nur wenn es bei ihm gut läuft dann den trophäen vergleichen wenn es bei ihm schlecht läuft dann wir lassen jetzt ein trophäen so geben also ich habe 1916 ich habe 1686 also es sind 230 ich finde es gut alles klar wenn euch das heutige video gefallen hat dann lasst doch mal bitte daumen nach oben da schreibt was in die kommentare abonniert den kanal und schaltet das nächste mal wieder ein wenn es wieder ist roch wars mit dem herrn sofort mit dem herrn gleiche so langsam hat den vorsprung gerät nach einer folge verloren